In diesem vorletzten Video möchte ich zumindest kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, was sich in Theorie und Praxis des Musikunterrichts seit circa 20 Jahren immer wieder als zentral herauskristallisiert. Klassenmusizieren. Es ging bereits an einigen Stellen im Laufe des MOOCs darum, dass das praktische Musizieren im Musikunterricht eine wichtige Position einnehmen sollte, zum Beispiel im Rahmen des Moduls zum aufbauenden Musikunterricht, als es um Rock-Pop-Musikdidaktik ging oder auch im Rahmen der erfahrungserschließenden Musikerziehung. Die Auseinandersetzung um das Klassenmusizieren nimmt eine besondere Rolle ein, weil viele Impulse zunächst in der Praxis entstanden sind und die theoretische Auseinandersetzung und Aufarbeitung teilweise erst im Nachhinein erfolgte. Aber bevor wir mitten reinspringen, sollten wir zunächst einmal versuchen zu klären, was denn überhaupt unter Klassenmusizieren verstanden werden soll. Für das Klassenmusizieren gibt es verschiedene Definitionen, die sich teilweise leicht unterscheiden. Eine häufig zitierte ist diejenige von Johannes Bär aus dem Jahr 2005. Für ihn ist Klassenmusizieren zunächst einmal nichts anderes als eine gemeinsame musikalische Tätigkeit aller Mitglieder einer Lerngruppe. Diese musikalische Tätigkeit beschränkt sich aber nicht auf das Musizieren, auf Instrumenten und Singen, sondern bezieht Bewegung, szenisches Spiel und Reflexion von Gegenstand und Tätigkeit mit ein. Er schreibt, »Als musikalischer Lernprozess und als ästhetisch-musikalische Gebrauchspraxis enthält Klassenmusizieren sowohl Anteile von musikalischem Handwerk und von künstlerischer Ausübung als auch von Reflexion der Material- und Bedeutungsdimension von Musik sowie der musikalischen Handlungen.« Auf der anderen Seite ist das, was Ihnen vielleicht als Bild zunächst in den Sinn kommt, wenn Sie Klassenmusizieren hören, vielleicht eine Bläser-, Streicher- oder Bandklasse. Für die Unterscheidung von Bärs offenem Ansatz von Klassenmusizieren und solchen Sonderformen schlägt Katharina Bratler vor, zwischen freiem Klassenmusizieren und Instrumentalklassenunterricht zu unterscheiden. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass das freie Klassenmusizieren als Methode im regulären Musikunterricht in allen Altersstufen als eine von vielen Aktivitäten regelmäßig vorkommt, aus verschiedenen Gründen eingesetzt wird und in verschiedenen Besetzungen und Formen stattfindet. Das musikalische Material ist vielfältig. Es kann aus Lehrbüchern stammen, selbstgeschrieben sein oder frei zusammengestellt. In den Instrumentalklassen dagegen ist das Erlernen eines bestimmten Instruments oder die Ausbildung der Stimme das zentrale Mittel, anhand dessen alle Inhalte entsprechend der jeweiligen Altersstufe vermittelt werden. Meist sind die Instrumentalklassenkonzepte auf bestimmte Jahrgänge festgelegt. Am häufigsten findet man sie in den dritten und vierten Klassen der Grundschule sowie in den Klassen 5 und 6. Konzepte von Instrumentalklassen werden häufig in Kooperation mit außerschulischen Partnerinstitutionen durchgeführt. Das heißt, in der Regel sind ein oder mehrere Instrumental- oder Gesangspädagoginnen der Musikschule oder freie Lehrkräfte in den Unterricht integriert und erteilen Stimmbildungs- oder Stimmgruppenunterricht. Umfang, Intensität und Organisation dieser Angebote hängen stark von den konkreten Begebenheiten der Schulen und den Ressourcen vor Ort ab. Meist müssen die Eltern für die Angebote einen monatlichen Beitrag für Unterricht und Instrumentenleihe bezahlen und die Kinder werden verpflichtet, für einen Zeitraum von zumeist zwei Jahren am Instrumentalklassenunterricht teilzunehmen. Oft werden als Lehrmittel zumeist aus dem amerikanischen Raum stammende Lehrwerke eingesetzt, zum Beispiel Essential Elements, was von Yamaha sehr erfolgreich für Bläserklassen etabliert wurde, oder Paul Rollins' Methode für Streicherklassen. Inzwischen ist dann Markt aber eine Bandbreite an Unterrichtswerken für jüngere Blasensembles, für eher offene Orchesterkonzepte, für Bands oder für Chor entstanden. Entscheidend ist, dass dieser Instrumental- oder Chorklassenunterricht in der Regel einen lehrgangsartigen Charakter hat und die zentrale Vermittlungs- und Lernform im regulären Musikunterricht darstellt. Die ersten Bläserklassen entstanden in Deutschland in den 90er Jahren. Heute gibt es bereits über 1000 solcher Klassen. Man kann also schon von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Auch die Zahlen von Streicher- und Chorklassen wachsen abhängig von den regionalen Besonderheiten. In Zeiten der selbstständigen Schule und der zunehmenden Wichtigkeit individueller Schulprofile für Image und die Werbung neuer Schülerinnen, habe ich den Eindruck, dass heute fast jede Schule irgendeine Form von Instrumental-Klassenunterricht anbietet. Dazu kommt, dass eine zunehmende Anzahl an Universitäten, Musikhochschulen und pädagogischen Hochschulen Schwerpunkte im Klassenmusizieren anbieten. Das heißt, es kommen auch immer mehr entsprechend gut ausgebildete Junglehrkräfte in die Schulen, die in diesem Bereich Erfahrungen haben und sich einbringen wollen. Es ist ganz interessant, einmal zu überlegen, warum diese Instrumental-Klassenkonzepte sich so erfolgreich verbreiten konnten. Aus meiner Sicht kommen hier verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen setzte sich in den 90er Jahren langsam der Gedanke daran durch, dass neben dem Einzelunterricht an der Musikschule auch im Gruppenunterricht eine besondere Chance liegen könnte. Man konnte zum Beispiel auf die Erfolge der Suzuki-Methode blicken, in der es darum ging, Geigespielen in einer Gruppe möglichst natürlich, wie die Muttersprache, spielerisch und über Imitation zu lernen. Dann hat sicherlich die Verfügbarkeit von Lehrgangsmaterial wie eben Essential Elements seinen Teil dazu beigetragen, denn dadurch wurde das Unterrichten von diesen Bläser-Ensembles in Bezug auf die Stückauswahl und Progression ein Stück weit vorstrukturiert. Die Marketingstrategie von Yamaha, hier ganze Klassensätze an Noten und Instrumenten sowie umfangreiche Fortbildungen anzubieten, hat ganz sicher zur Verbreitung beigetragen. Es wurde viel einfacher, eine solche Klasse einzurichten, wenn es für alles schon Vorlagen und vorbereitete Materialien gab. Positiv war, dass die Bläserklassen ganz im Sinne der amerikanischen Bands performanceorientiert arbeiteten. Die Ergebnisse wurden eindrucksvoll präsentiert, werteten die Schule öffentlichkeitswirksam auf und motivierten wiederum andere dazu, eben solche Klassen einzurichten. Sicherlich ist zudem ein Grund gewesen, dass man ein Stück weit den Nerv der Zeit darin traf, aktives Musizieren im Musikunterricht in den Vordergrund zu stellen. Außerdem fielen alle diese Umstände mit dem Ausbau der Ganztagsschulen zusammen. Damit gerieten plötzlich die Musikschulen ein Stück weit in Zugzwang. Die Befürchtung war, dass die klassische Klientel für den Einzelunterricht unter Umständen ausbleiben könnte und man hatte daher sicherlich auch die Hoffnung, über die Instrumental- und Chorklassen diesen Wegfall ein Stück weit kompensieren zu können. Außerdem wurde darauf spekuliert, dass einige Schüler und Schülerinnen, die ansonsten vielleicht nicht unbedingt den Weg in die Musikschule gefunden hätten, nach den zwei Jahren in der Schule den Unterricht an der Musikschule fortsetzen würden. Durch die verstärkte Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen erhoffte man sich, den Tätigkeitsbereich der Musikschullehrkräfte zu erweitern und neue Schülerschaften zu rekrutieren. Und auf der anderen Seite traf dieses große Interesse der Musikschulen gerade im Grundschulbereich auf bis zu 80 Prozent von Schulen, an denen der Musikunterricht nur fachfremd erteilt werden konnte und die in den Kooperationen eine besonders gewinnbringende Verstärkung des Fachs ansahen. Als dann 2008 in NRW und Hamburg die Initiative Jedem Kind ein Instrument landesweit umgesetzt wurde und dazu noch vom Ministerium ein ganzer Strauß von Forschungsvorhaben über einen Zeitraum von sechs Jahren gefördert wurde, da war eigentlich klar, dass hierhin ein Stück weit die Zukunft des Musikunterrichts liegen könnte. Viele Eltern, Schüler, Schulleiterinnen und Musiklehrkräfte sind nach wie vor begeistert und überzeugt von den Konzepten und Ergebnissen der Instrumentalklassenangebote. Und doch gibt es aus der Musikpädagogik einige Stimmen, die berechtigte Kritik an der Monokultur des Instrumentalklassenunterrichts üben und die vor zu großer Euphorie und Einseitigkeit warnen. Eine der mahnenden Stimmen der Musikpädagogik ist Jürgen Vogt, der an verschiedenen Stellen Probleme aufgearbeitet hat, die mit der Reduktion des Musikunterrichts auf Klassenmusizieren einhergehen. Zum einen bezieht er sich auf das oben schon einmal angesprochene Prinzip des imitatorischen Lernens, wenn es ohne die nötige Reflexion stattfindet. Er sieht die Gefahr, dass ein musikalisches Idiom gelernt wird, ohne dass dabei gleichzeitig auch ästhetische Erfahrungen ermöglicht werden. Durch das Einschleifen könnte ein Normalisierungseffekt eintreten, der das gelernte musikalische Idiom als die Regel und alles andere als Abweichung von der musikalischen Ordnung wahrnimmt. Dahinter steht zum einen eine Kritik am häufig engen Repertoire im Klassenmusizieren. Zum anderen kann das Primat des Tuns im Unterricht dazu führen, dass nicht mehr nachgedacht, hinterfragt und über ästhetische Wahrnehmungen reflektiert wird, weil man nur noch damit beschäftigt ist, das nächste Stück für das Konzert zu üben. Vogt bezieht sich in seiner Kritik auch auf das Konzept des aufbauenden Musikunterrichts, weil dieses sich gut mit der Herangehensweise des Klassenmusizierens kombinieren lässt. Außerdem spricht er ein weiteres, nicht von der Hand zu weisendes Problem an. Schließlich wäre zweitens mindestens der Frage nachzugehen, in welcher Gestalt sich die Verflechtung der Musikpädagogik mit der Musikwirtschaft im Hinblick auf das Klassenmusizieren darstellt. Im Falle der Jugendmusikbewegung ist die Sachlage recht eindeutig. Verlage und Instrumentenhersteller profitieren nicht nur von musikpädagogischen Entwicklungen, sondern sie steuern diese Entwicklungen massiv mit. Auch im Falle des Klassenmusizierens wäre heute nicht einfach zu fragen, mit welchen Tricks etwa die instrumentenproduzierende Musikwirtschaft ihren Kunden das Geld aus der Tasche zieht oder wie sie durch Werbung neue Bedürfnisse schafft, die vorher gar nicht da waren. Was natürlich nicht heißt, dass eine solche Untersuchung zu keinen bedeutsamen Ergebnissen führen würde. Nicht, dass die Wirtschaft bei ihren Kunden womöglich Bedürfnisse erzeugt, die diese dann für ihre eigenen halten, ist aber die leitende Frage nach einer aktuellen Musikpädagogischen Gouvernementalität, sondern vielmehr, was dies denn heute für Bedürfnisse sind, die bei Musiklehrern, bei Eltern und Schülern und auch bei Bildungspolitikern durch das Klassenmusizieren angesprochen werden. Vogt selbst gibt auf diese Frage keine Antwort in seinem Text. Wenn ich selbst versuchen müsste, ein paar mögliche Bedürfnisse zu überlegen, so könnte ich mir vorstellen, dass die Arbeit im Instrumentalklassenunterricht den Lehrkräften ein Stück weit schwierige Entscheidungen abnehmen kann. Wenn man stringent nach einem Lehrwerk vorgeht, so ist die Frage nach den Inhalten und Stücken schnell beantwortet und in einigen Fällen erscheint das Vorgehen im Instrumentalklassenunterricht dadurch erleichtert, dass man sich an klaren Hinweisen zur Reihenfolge und zum Vorgehen orientieren kann. Ich würde nicht so weit gehen, diese Vorgaben als Rezepte zu bezeichnen, aber es sind doch ausgeprägte Strukturen, die der Lehrkraft einige didaktische und methodische Entscheidungen abnehmen. Eine weitere Kritik am Klassenmusizieren formuliert Heinz Goyen, wenn er zu bedenken gibt, dass es neben dem Klassenmusizieren selbstverständlich auch andere Formen und Inhalte des Musikunterrichts gibt, in denen Schüler und Schülerinnen musikalische Erfahrungen machen können. Wenn Klassenmusizieren als Musikunterricht den praktischen Umgang mit Musik jedoch zum einzigen Unterrichtsprinzip erhebt, dann wird nicht nur das multiperspektivische Phänomen Musik auf Teilaspekte reduziert. Vielmehr wird zugleich ohne Not auf eine Vielfalt anderer, Schüler aktivierender, Eigentätigkeit und Selbstorganisation fördernder Inhalte und Methoden verzichtet. Denn akzeptierte und effektive handlungsorientierte Unterrichtsprinzipien sind nicht auf das Klassenmusizieren beschränkt. Hier sehen manche noch ein besonderes Problem im Instrumentalklassenunterricht. Oft sind diese Unterrichtsformen stark durch die Lehrkraft gelenkt, eben gerade weil sie einen so stark ergebnisorientierten Charakter und eine Form von Ensemblepraxis darstellen. Das kann dann im Widerspruch stehen zur Forderung nach Eigenaktivität, zu offeneren Unterrichts- und Sozialformen, in denen Schüler und Schülerinnen selbstständig bestimmte Aufgaben bearbeiten können. Sicherlich steht dieses Prinzip der offeneren Unterrichtsphasen den Instrumentalklassen nicht grundsätzlich entgegen. Die Frage ist nur, ob dies in der Praxis so umgesetzt wird oder ob der Unterricht sich nicht überwiegend durch das Einstudieren und Üben von Stücken auszeichnet. Weitere berechtigte Kritik auch an der Organisation von Instrumentalklassenangeboten übt, zum Beispiel Christian Rolle. Es geht dabei um Wahlmöglichkeit des Instruments, aber auch um die Festlegung auf eine bestimmte Ensembleform und Besetzung. Er fragt zum Beispiel, ob die Einteilung in Instrumentalklassen und Nicht-Instrumentalklassen nicht dazu führen kann, dass alle besonders motivierten und vielleicht durch das Elternhaus entsprechend unterstützten Schülerinnen daran teilnehmen und damit eine Auftrennung in musikalisch motivierte und begabte sowie eher desinteressierte Klassen befördert wird. Das könnte in der Folge dann die Tendenz verstärken, theoretische und praktische Unterrichtsinhalte voneinander zu trennen und im schlimmsten Fall dazu führen, dass in den Regelklassen letztendlich weniger freies Klassenmusizieren stattfindet. Sie können dies im Bonustrack mit Rolles eigenen Worten nachhören. Rolle gibt ganz berechtigt zu bedenken, dass sich nicht alle Inhalte eines allgemeinbildenden Unterrichts so ohne weiteres in einem Instrumentalklassenunterricht sinnvoll unterrichten lassen. Ich finde das Argument so zentral und wichtig, dass ich ihn zum Abschluss noch einmal selbst zu Wort kommen lassen möchte. Nicht alles, worauf es im Musikunterricht ankommt, kann durch gemeinsames Musizieren erreicht werden. Musik hören, die andere gemacht haben, über Musik sprechen, die nicht in der Klasse realisierbar ist, den Zusammenhang von Bild und Ton in Film, Werbung und Videoclips untersuchen. Dafür legt man die Trompete am besten eine Weile aus der Hand. Es gibt viele Inhalte und Methoden des Musikunterrichts, deren Bildungspotenzial sich nicht durch das Musikmachen im Klassenverband ersetzen lässt. Klassenmusizieren als Musikunterricht, das wäre nur vertretbar, wenn das Musikmachen im Klassenverband nicht einfach als eine Unterrichtsform, sondern als ein integratives Unterrichtsprinzip im weiteren Sinne verstanden würde. An dieser Stelle soll es aber gut sein, mit den Kritikpunkten am Klassenmusizieren in Instrumentalklassenangeboten, auch wenn man sicher noch etliche andere Punkte ansprechen könnte. Und nicht, dass sie vor lauter Kritik eines missverstehen. Grundsätzlich sind sich die meisten Musikpädagoginnen einig, dass diese ergänzenden Angebote im Musikunterricht eine tolle Gelegenheit bieten und viele Vorteile mit sich bringen. Wichtig ist, dass man als Lehrkraft den Anspruch an einen allgemein bildenden Musikunterricht nicht aus den Augen verliert und darauf schaut, dass alle Schülerinnen die Chance erhalten, sich auf unterschiedliche Weisen mit unterschiedlichen Musiken auseinanderzusetzen. Wenn Sie Interesse haben, sich mit den Argumentationen rund um das Klassenmusizieren noch intensiver auseinanderzusetzen, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in ein paar Bücher zum Thema, die hier eingeblendet sind. In den letzten zehn Jahren sind auch einige empirische Studien zum Klassenmusizieren veröffentlicht worden, die interessante und aufschlussreiche Einblicke in die Arbeit in Instrumentalklassen ermöglichen.